Hallo YouTube, ich bin Bini und heute gibt es ein kleines Update zu dem Video Requisiten im Rollenspiel vom 25. November. Unter diesem Video hatte ich einen Link gepostet und zwar zu einer Seite, auf der ihr lernen könnt, wie ihr Papier altern lasst. Ich habe allerdings dieses großartige Tutorial so ein bisschen abgeändert, einige Sachen hinzugefügt und was ich so hinzugefügt habe, welche Schritte jetzt dazwischen noch kommen und wie das Ganze dann hinterher aussieht, das erfahrt ihr jetzt. Im Original-Tutorial nehmen wir uns ein Blatt Papier, hauen es auf Backblech, schütten dann, kochen das Wasser gemischt mit Tee oder Kaffee drüber, warten bis die Pigmente des Tees oder des Kaffees in das Blatt Papier eingezogen sind und backen dann quasi das Papier im Backofen trocken. Nun, das Problem ist, dass danach das Papier wellig und vor allem ziemlich kratzig ist, was es ziemlich schwierig macht, darauf zu schreiben. Außerdem habe ich noch einige andere Sachen eingefügt. Was? Dazu komme ich jetzt endlich. Natürlich brauchen wir, wie im Original-Tutorial, auch Papier, wofür ich ganz normales Druckerpapier der Größe DIN A4 benutze. Jetzt zum Inhalt. Da sind einige Sachen wichtig und zwar erstens, an wen wird der Brief geschrieben? Ist das ein guter Freund? Wird geduzt oder gesiezt? Zweitens, von wem wird der Brief geschrieben? Ist die Person schlau? Kennt sie viele Wörter oder eher nicht so? Drittens, unter wie viel Zeit entstand dieser Brief? Müsst ihr also vielleicht schludern, weil die Person unter Zeitdruck stand? Habt ihr den Inhalt fertig, übt auf jeden Fall das Schreiben fünf bis sechs Mal, bevor ihr es richtig macht. Jetzt ein neues Blatt Papier nehmen, Hilfslinien einzeichnen mit einem Geodreieck, damit ihr gerade schreiben könnt, solltet ihr das auch ohne Hilfslinien können. Props to you. Ich kann's nicht. Deswegen Hilfslinien. Und alles mit einem Kugelschreiber. Kugelschreiber. Ganz wichtig. Aufs Blatt Papier bringen. Denn gleich wird Wasser über das Papier gegossen. Wenn wir einen richtigen Füller benutzen, seht ihr danach nichts mehr und alles ist verwaschen. Nun, ihr habt die Nachricht richtig drauf. Alles ist im Kasten. Dann legt das Papier einfach auf ein Backblech und übergießt das Papier mit einem Wassertee oder einem Wasserkaffee-Gemisch. Und achtet darauf, dass auf jeden Fall alles gut mit diesem Kaffee-Wasser-Gemisch bedeckt ist. Achtet darauf, dass eben die Farbpigmente aus dem Kaffee gut in das Papier einziehen können. Jetzt ein bisschen warten. Ein wenig warten. Und dann, das mache jedenfalls ich so, hat sich gut bewährt, streusel ich nochmal für Farbakzente ein bisschen was von diesem sofortlöslichen Kaffee über das Papier, um ein paar dunklere Stellen zu erzeugen. Das Wasser habe ich einfach abgerossen und damit beginnt die Nachbearbeitung des Papiers. Also einfach hier ein bisschen was einreißen, ein bisschen da was abreißen und vor allem Brandlöcher hinzufügen. Tja, in meinem Brief heißt es nämlich, Greifenburg ist tot, werden nach Winsalt fahren. Meine Gruppe soll aber nicht wissen, dass die Bösen in die Stadt Winsalt fahren. Also Brandloch. Das ist eine richtig gute Sache und dafür brauche ich ein Plektrum. Da, und mit diesem Plektrum werde ich jetzt einfach das Wort Winsalt anfangen herauszuradieren. Und zwar genau so. Wenn wir das übrigens nachher mit einem richtigen Feuerzeug machen, also das Brandlöcher wirklich reinbrennen, besteht die Gefahr, dass viel mehr verbrennt, als was ich eben will. Und wenn ich das so mache, kann ich eben genau gezielt eine Sache entfernen. Das Brandloch wird übrigens wirklich echt aussehen und dazu komme ich auf jeden Fall gleich. So, noch einige Brandlöcher hinzufügen, damit es nicht nur eins ist und unnatürlich aussieht. Und das Ganze einfach in den Backofen. Und fertig gebacken ist es, aber unsere Brandlöcher sind im Moment nur Löcher. Da muss also noch was passieren und was jetzt passiert ist relativ einfach. Wir nehmen ein Feuerzeug unserer Wahl und fangen einfach an, diese Ränder hier, die wir hier also sehen, einfach zu verkohlen und schon ist die Laube fertig. Dabei logischerweise ein bisschen vorsichtig sein, denn dieses Papier ist ja gerade aus dem Backofen gekommen und ziemlich trocken, weswegen ich halt logischerweise immer ein Glas Wasser dazustehen habe, sollte sich das Ding doch mal schnell anzünden, als ich will. Nun haben wir das also alles getan, sollte das Ganze so aussehen. Und ich hoffe, ihr seht die schwarzen Ränder. Das Ganze sieht jetzt wirklich aus, als wäre es rausgebrannt worden. Hätten wir das nicht auf die Art und Weise gemacht, sondern hätten wir einfach nur das Feuerzeug drunter gehalten, dann hätten wir ein riesen Brandloch gehabt, was wir nicht so richtig koordinieren können, wo wir nicht so richtig gucken können, dass eben nur dieses eine Wort fehlt, weswegen ich es halt auf diese Art und Weise mache. Das war's, ich hoffe, es hat euch irgendwie weitergeholfen. Nochmal ein riesen Dank an die Leute, die das Original-Tutorial gemacht haben, was natürlich in der Videobeschreibung zu finden ist. Ich hoffe, dieses Video hat gefallen. Hat es euch gefallen, dann springt im Kreis. Hat es euch nicht gefallen, dann malt euch mit einem schwarzen Edding ein blaues Viereck auf die Stirn. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis bald.